Eine der größten Herausforderungen unserer jetzigen Zeit ist, unseren Kapitalkörper so zu gestalten, dass er optisch schön aussieht, gleichzeitig aber auch leistungsfähig bleibt. Hallo und herzlich willkommen, Insa hier. 17 Jahre Fitnesserfahrung hat mir mehrmals bestätigt, dass jeder Körper wandelbar ist. Deiner auch. Möchtest du schneller, leichter und vor allem gesünder deinen Körper umformen? Möchtest du Gewicht abnehmen oder vielleicht Muskulatur aufbauen? Genau dabei möchte ich dir helfen. Dafür schenke ich dir zweimal 30 Minuten Personaltraining, damit einfach mal meine Tätigkeit ausprobiert. Nutze diese Gelegenheit, diese einmalige Gelegenheit und nehme Kontakt mit mir, ich bin mir sicher. Gemeinsam werden wir einen sicheren, vor allem einen leichten Weg finden, um deinem Körper eine bessere Form zu geben und vor allem gesünder zu machen. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich, deinem Personaltrainer Insa.